Puff Puff Das war Nummer 2 Oh, das sind Spikes Egal, da kommen wir auch später rum Achso, ich... Ich... Ich brauche es nicht! Ah, hier haben wir noch einen Pilz Herrlich, Nummer 4 Jetzt nehmen wir uns die Laterne mit Weil dann können wir diesen Geisterpfarr auch folgen Ich kann mir nicht helfen, aber die Welt ist absolut harm mehr Geisterwelt ist ja beste Welt War ich da unten schon? Ah, hier war ich schon Dann habe ich nichts gesagt Aber wo ist der letzte Pilz? Komme ich denn da rüber, ohne Damage zu kriegen? Ah, ich weiß wie So Jetzt ein bisschen im Kreis Jetzt rüber Und rüber Haha Sehr schön Geschafft, geschafft Booyah Kuckuck Nice Guten Morgen Aufgestanden, Schlafmütze Booyah Oh, hallo Hat mein Bruder Timmy dich geschickt Er ist manchmal ein solcher Hitzkopf Ich bin zu Torchwood Aber alle nennen mich Spectral So Ich sehe es in deinen Augen an, dass du meine Hilfe brauchst Na, los gehen wir Gespenster, versammelt euch! Dieser Spruch klingt, als wäre er von irgendjemanden geklaut Hör auf zu faseln, Timmy und Böck Äh, drück Entschuldigung Ja Wuhuhuhuhu Einfach ne Gespenstische Leistung, Team Der Weg nach drüben wurde gesäubert, junger Freund Wir werden den Friedhof beaufsichtigen, um sicher zu gehen, dass dir keine Ghoul hinterherjagen Und das hier mit, wie es das braucht Von hier aus nur noch ein kurzes Stück bis zur Burg hält Ich wollte eigentlich erst Ich wollte eigentlich erst auf die andere Seite und ein bisschen Luki-Luki machen Level abgeschlossen Und wir haben alles geschafft 100% Oh, yeah Wärts eins nice Nicht eins lethal, sondern eins nice Oh, yeah Okay, das haben wir Hast du irgendwas Neues? Die Schlinge werden immer heftiger Brauchst du irgendwas? Ich weiß gar nicht, wie wir Ich weiß gar nicht, wie wir den Rest alles freikriegen Das ist ja die große Preisus-Fragus Wird dir den Weg leuchten? Ey, yo, Lucky, da drüben geht es durch Ja Das Lustige an dieser Burg ist Ich hab sie gebaut Das ganze Ding verschwand auf mysteriöse Art und Weise, als Sky Castle zerstört wurde Ich schätze, jetzt wissen wir, wohin es verschwunden ist Das Verlies ist zwar nicht der sicherste Ort Aber der schnellste Weg hinein Was immer du tust, geh immer weiter Ja Denk nicht an Hier draußen Immer nach vorne blicken Ja Hätte ja sein können Nee, da kann ich mich leider nicht Nicht zwängen Dann Hinein ins Keine Ahnung Next Level Wenn wir hier 100% haben, haben wir die komplette Welt zu 100% abgeschlossen Und dann haben wir diese Welt auch schon hinter uns gebracht Ja, nice, wie geil ist das denn bitte, Leute Oh nein Oh nein Ja, Ja Ja Ha ha Ja Sehr schön. Autschi. Okay, dann, das war mein Fehler. Hey, guy. Zumindest haben wir das jetzt schon mal. Ah, ich glaube, wir haben jetzt nur zwei gekriegt. Ah, wir sind voll fokussiert hier. Fokus. Fokus, fokus, fokus. Ah, 300 Mützen haben wir jetzt nicht gekriegt, aber die versteckte Seite und Lucky haben wir gekriegt. Aber die 300 Seiten hätte ich schon ganz gerne, wenn ich ehrlich sein darf. Hm, hm. Weil wenn wir schon mal ganz kurz davor sind, diese Welt zu 100% abzuschließen, dann würde ich das auch ganz gerne so schaffe. Also, probieren wir's. Einfach probieren. Entweder wir schaffen's oder wir schaffen's nicht. Einfach versuchen. Den Rest haben wir ja bereits. Also von daher, alle Thematiken Perfekto. Perfekto Gusto. Ja, die Seite haben wir. Ja, die Seite haben wir. Sehr schön. So, jetzt haben wir auch den Rest. Haben wir. Haben wir, haben wir, haben wir. So, haben wir. Welt zu 100% abgeschlossen. Schlose. 100%. Oh je, aha, aha, wer hat 100% in dieser Welt, richtig? Wir. Dank eurer Unterstützung. Da könnt ihr euch jetzt auch selbst auf die Schulter klopfen. Und jetzt gehen wir nochmal zu dem Händler hin. Neues Kostüm. Ich wusste es doch. Ich hab's gewusst. Jede Welt zu 100% abschließen. Dann haben wir auch alle Kostüme. Und wir haben 3.700 Anno dazu. Hast jede Seite in dieser Welt gefunden. Besonders wie viel... Ja, ja, ja. Souvenir. Tralali, tralala. So, so lange... Ja, 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 ja. Na, komm. Oh, bestätigen. Oh, bestätigen. Sind wir jetzt Evil Spirit oder was? Soll mir egal sein, wir sehen gruselig aus. Also nichts wie... To the boss. Ich glaub, man braucht auch alle Kostüme für die 100%. Also die Platin-Trophäe. Da brauchen wir das auf jeden Fall. Also, ne, für alle Trophäen. Hunter da draußen. Nun, sieht so aus, als wäre es soweit. Lucky, sei vorsichtig da drinnen. Und unterschätzt Jinx niemals. Er ist ein Meister der Illusionen. Ich... Ich wollte nur sagen... Ähm... Das ist mir ziemlich peinlich, aber... Äh... Atem... Greg... Atmen. Weißt du, bevor... Du den... Äh... Weißt du, bevor du des Weges kamst, habe ich viel Zeit vor dem Tor von Skycastle verbracht. Ganz alleine. Ich war ein trauriger kleiner Kreck. Vielleicht würde ich immer noch da warten, wenn du nicht wärst. Also, danke, Lucky. Im Ernst. Du magst zwar noch kein Wächter sein, aber egal, was passiert. In meinem persönlichen Geschichtsbuch wirst du immer ein Held sein. Ne, da kommt doch auch noch eine Welt, oder bin ich jetzt... Mishuge. Hey, kleiner Brother. Willkommen im Jenseits. Die Yetis aus Restful Retreat halten dir den Rücken frei. Brother. Du solltest diese Jinx-Katze, die Schwierigkeiten machte... Denk daran, wir alle befinden uns auf einem schwierigen Weg. Beschreite ihn ruhig und besonnen. Also ist das nur ein bisschen... Bla, bla, bla. Brauchen wir mit den anderen beiden jetzt mal nichts zu talken. Wir gehen... Rein. Aber eine Welt kommt danach ja noch. Kamehameha! 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 Vielen Dank.